Vielleicht nicht verstehen, aber ich finde das ganz und gar nicht lustig. Dieser Mann ist mein Vater. Er bedeutet mir sehr viel. Also soll ich die Schnauze halten und verschwinden? Jetzt sollten Sie eigentlich sagen, nein, Rick, ich lege Wert auf Ihr Urteil. Wow, okay. Wenn ich Sie gekränkt habe, tut mir das leid, aber von dem, was ich über Ihren Vater gesagt habe, nehme ich nichts zurück, weil er Ihnen wehgetan hat. Und das gefällt mir nicht. Und wissen Sie was? Egal, was auch geschieht. Oh mein Gott, haben Sie sich verletzt? Kann ich noch nichts sagen. Was kommt die denn her? Sie könnten ruhig ein bisschen Mitleid haben. Michael? Michael? Wo bist du? Sei vorsichtig. Michael?